das ist eine folie also ich habe die taschen so benutzt sich die denn nicht noch mehr bücher ach das ist das gleiche buch von eben gucken wir auf dich dass sie die das ist einprägsam die frau mit dem brett vom kopf zum dritten mal ich frage mich ob man irgendwann in spielen wenn man in der bibliothek ist richtig bücher nehmen kann und ja ist natürlich die komplette bücher aber zu wer das buch zu werbezwecken zumindest ja so wie ein demo so ein demo buch lesen kann ich frage mich wer sich ja oder das müssen wirklich ausgewählte gute bücher sein wer würde sich sonst in dem spiel dahin hinsetzen und ja die die seitenweise text lesen vor das gibt es ja wenn ich an skyrim denk also werden wir gerne liest und uns spielt oder beim spielen gerne liest da müsste was gar nicht im paradies sein ich bin ja er der spieler der da ich lese er zu wenig ich bin der wegklicker von solchen texten ich hätte jetzt keine lust sieben seiten zu lesen das war in skyrim ja nicht ganz selten aber wie gesagt wenn man darauf steht wenn man das gerne mag ich habe ja früher auch mal bücher gelesen kann ich kaum noch glauben gern let's play soll ich mal zu sehen dass ich weiterkomme ich mit wohl nichts mehr sein das ist so typisch für für naughty dog spiele diese ja wie soll ich das jetzt nennen ein aus mechanik das heißt ruhige passagen wechseln sich mit 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 schusssequenzen ab und da kommen auch für ich die gegner in massen wie bei uns startet auch erst kommt der ruhige sequenz und dann kommen wieder gegner gerne gratis vielleicht mache ich das auch mit absicht ich hoffe dass die leute die sich dieses video angucken beim video gucken einschlafen sich dann automatisch das ganze video angucken oder es laufen lassen ich hätte ja beinahe das gewehr übersehen in der garage das wäre es ja gewesen wo die mit dem auch wo die das auto angeschoben haben davor da hätte ich beinahe das weiß ich nicht mehr was für ein gewehr das war vielfältig ist beinahe übersehen wenn das jetzt nicht umkehrbar gewesen wäre zum beispiel die werden jetzt mit dem auto wirklich einfach losgefahren hat hier aber duft da gestanden die gefakten spiegelung sind ja ganz schön die sind natürlich nicht echt aber wenn ich hier so rein sieht das spiegelt sich beispielsweise sieht aus wie ein baum frage ich nur wo hinter mir ein baum sein soll das sind also wirklich wie ich gefakt oder diese das geströp ist obwohl das sieht auch nicht heraus ist doch eindeutig baum oder vertue ich mich da wie dem auch sei es sieht nicht aus ist natürlich gefakt aber sieht nicht aus es ist doch verrückt soldaten aufzuhängen wenn leute verzweifelt genug sind sind sie zu fast allem bereit die leute die protestierten sind dass die wir uns attackieren ich glaube schon das müsste aber schon was her sein ich könnte mir vorstellen dass das schon eine zeit lang dauert bis man zum skelett wird genau weiß ist natürlich nicht die leiter hier natürlich nicht in der lage drüber zu klettern hier führt ich nur hier was gut auf wenn du springst runter 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 da sind noch mehr los schnell wieder tanke ok hauen wir ab ok sie haben uns nicht gesehen ach nur da bumm wir sind jetzt näher dran das kann so sein dann weiter so na komm da kann ja nur eine der kampfwaffe aufnehmen der werkbank wäre nicht schlecht da könnte ich bestimmt was bauen so dass ich wieder den fahrrad ich nehme jetzt einfach mal fahrrad schlafen fahrrad schlauch verwenden könnte parking gleich mal heute schon nach diesem video schluss okay ich gehe nicht die leute verrückt warum ist das eigentlich x wieso ist mir das sonst noch nie aufgefallen sich das im ersten mal das empfohlen da war ich doch schon mal ok ok hm hm letztens habe ich auf facebook wieder so einen beitrag gelesen da ging es um unlogik in videospielen da hatte einer hier auch was angeführt von diesem spiel und ich meine so unrecht hat er auch nicht das stimmt ja da kommt ein gegner um die ecke das ist wie mit dem gegner der mit irgendwas auf einen schießt und man hat die stelle schon ein paar mal gesehen egal wie lange der schießt ob das minuten lang mit der knach auf einen hält oder ob der nur ein paar schuss abgibt der gibt immer nur die gleiche munitionsmenge ab so ist das hier auch hier war ich noch gar nicht vorher merkwürdig da selbst wenn gegner die sagte er das angeführt selbst wenn er geht auf einen zielt man ist aber schneller und da kommt gar nicht zum schuss selbst dann hat er keine munition ich muss ganz ehrlich sagen dass ich mich auch im besseren rucksack bemüht hätte wenn ich mir das so ansehen was er dann rucksack hat dann ist das nicht gerade so der oberknüller aber wieso war mir denn das x gar nicht aufgefallen hm hatte wohl nicht darauf geachtet beim ersten mal ich glaube das war schon das vierte mal das ich das spiel schüttel schüttel das hatte ich mir ja zuerst aus der videothek ausgeliehen ich weiß aber gar nicht ob ich das da durchgespielt hatte kann sein da hatten wir da muss ja wohl schwimmen da hatten die ja ich finde das schade dass da trotzdem sich keiner mal was ausgeliehen hat das war ein euro pro tag ich weiß nicht ob das ist doch nicht wirklich so viel wenn man sich was ausleihen kann man leitet sich ein spiel aus und zahlt einen euro ich finde das total günstig ich möchte aber erst hier hinein hiermit hatte ich mich gerade wohl vertan wo ich der meinung war ich könnte noch hoch da auch noch nicht lang ich gehe erstmal da lang wo ich nicht lang gehen kann das ist auch was mir bei assassin's creed aufgefallen ist wo ich das heute gespielt habe ich meine das muss ja es muss ja einen unterschied geben zu plästischen vier die grafik muss ja hier besser aussehen alles was hat mir überhaupt nicht mehr gefallen weil wie gesagt ich kann mich da so ja gut die könnte man vielleicht sagen da kann man nicht hochklettern vielleicht klettert er da hoch und ich tue um er wäre quasi gegen diese infizierten bär los wenn er sich dann diesen wenn er da zwischen diesen schränken hängt kann ich nicht bin gespannt wann uns wieder unser super unser buch hier auffällt der frau mit dem brett vom kopf weil ich hier vergiss sachen zum einsammeln sind immer gut ah unser buch ist wieder da da vorne smile for so so society oh besser ich kann es sogar nehmen was ist das denn achja ist hier nur eine flasche am liebsten hätte ich in diesem spiel einen flammenwerfer diese pilze abzuflemmen das heißt aber auch dass sie durchaus gegner in der nähe sein können so so Voll? Verdammt! Normalerweise war es zum Bauen, aber dadurch, dass es voll war, ich will auch nicht zu viel bauen, nur wenn ich keine Sachen mehr aufnehmen kann, zum Beispiel, um nach Bedarf zu bauen. Obwohl das Spiel ja Speicherstand mäßig ist, ich habe nämlich gerade an die MediPacks gedacht. Speicherstand mäßig. Ja, jetzt muss ich aber doch das losnehmen, damit sie da hochkommt. Das holt's.